Hi, gut, dann ist der SportTV hier. Adlergebabbel, jeden Montag jetzt ein Video zur Eintracht, sprich mit Rückblick auf den Spieltag und Vorausblick auf den nächsten Spieltag. Und diese Woche wird es höchstwahrscheinlich sogar ein zweites Adlergebabbel geben, weil wir ja wissen, englische Woche, morgen schon das Heimspiel gegen Freiburg. Mal schauen, wie viele Zuschauer dabei sein werden. Badumms. Ja, okay, unlustig, schauen wir einfach zurück auf den Spieltag in München. Sind wir ganz ehrlich, wer hat gedacht, dass wir da gewinnen? Keiner. Ich meine, wir haben in München in den letzten Jahren eigentlich fast immer auf die Fresse bekommen, aber wir schießen auch immer mehr Tore, ne? Ich meine mal 5-0, 5-1, 5-2, nächstes Jahr spiele ich mir da 5-3, dann 5-4 und dann 5-5, also in drei Jahren. Unentschieden ist drin. Aber mal serious. Nach dem 3-0 war es eigentlich gegessen. Für mich bin ich ganz ehrlich. Aber dann kommt Hinteregger. Doppelpack, Hinteregger. Wenn es die Stürmer schon nicht richten, muss Hinti kommen, macht einen Doppelpack gegen München und in München einen Doppelpack zu machen, gegen Manuel Neuer. Das schaffen auch nicht unbedingt viele. Und dann, ja, sind die Bayern eigentlich schon nervös. Und dann gibt man denen ein Geschenk, 4-2 und ab da hatten sie wieder die Sicherheit. Und ich sag's euch, hätten die nicht da das 4-2 gemacht, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre. Ja, Fernandes hat's dann versaut, hat auch viel Shitstorm abbekommen. Ich hoffe nur nicht, dass er, ja, die Social Media liest. Ich bezweifle es. Er wird es wahrscheinlich doch machen. Und ich hoffe, es frisst ihn nicht zu sehr auf. Ich mein, klar ist er nicht unbedingt die erste Garde bei uns, sondern eher so ab und zu mal reinwerfen. Er hatte gute Spiele, aber ab und zu kommen halt genau solche Dinger oder wie auf Schalke-Vogal-Halbfinale, 30 Sekunden drauf, bam, rot. Und dann ist das natürlich schon ärgerlich. Trotzdem ist man ein Team. Und auch solche Leute wie Fernandes brauchst du in der zweiten Garde, die an sich immer ein gutes Spiel machen, klar, Ausreißer. Aber er hat auch genügend gute Spiele gehabt, muss man auch sagen. Und klar ist es bitter, wenn dadurch das 4-2 fällt, ich mein, im eigenen Strafraum so den Ball zu verlieren, dann klingelt es meistens hinten. Wäre es im Mittelfeld passiert, wäre es nicht so tragisch gewesen, je nachdem. Aber Fernandes da einen Vorwurf zu machen, nein. Das Spiel war eigentlich auch vorher schon quasi verloren. Wenig Kampfbereitschaft, wenig Einsatz hier und dort dann, ja, Fehler. Es war einfach zu einfach und dementsprechend ging die Niederlage auch klar in Ordnung, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht im Endeffekt, was die zweite Halbzeit betrifft, nicht unbedingt eine Höhe verdient. Aber 4-2, also das eine Tor, macht es dann ja auch nicht fett. Bevor wir jetzt zum Spiel gegen Freiburg kommen, erbt mal der Tabellenstand. Wir haben 4 Punkte Vorsprung auf die Relegation und 7 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Das ist an sich schon mal gut. Aber wir wissen auch, dass wir noch im Bremen spielen, somit den direkten Vergleich mit dem 17. Platz haben. Und das heißt, im Bremen darfst du nicht verlieren. Im besten Fall gewinnst du dieses Spiel und bist erstmal weg von da, aber verlierst du das Spiel, bist du komplett drinnen. Unentschieden wäre in Ordnung, dann hast du dich auf Abstand gehalten, zugleich. Aber verlieren darfst du dieses Spiel definitiv nicht. Der Dorf auf Platz 16 hat es ja gestern noch, ja, kurz vor Schluss verkackt. 88. und in der Nachspielzeit das 1-2-2 kassiert. Für uns gut. Ich glaube, Unentschieden war das perfekte Ergebnis, so ist Köln noch ein bisschen drinnen. Relegation ist noch, ja, ich will nicht sagen, in weiter Ferne. Ich meine, das geht ratzfatz und es geht um den Abstieg. Es war von Anfang der Saison eigentlich fast klar und es wird einem immer bewusster. Ich finde es nicht gut, bin ich ganz ehrlich, wie die Verantwortlichen darüber reden. Ja, ich mache mir keine Sorgen, dies und das. Nehmen das vielleicht etwas zu locker. Vielleicht wollen die nach außen tragen. Okay, wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass wir den Klasse halten. Aber trotzdem, es kommt so rüber, weit genug weg, dass es wie damals im Abstiegsjahr, wo wir in der Rückrunde nur sieben Punkte geholt haben und dann abgestiegen sind. Und dementsprechend muss man das ernst nehmen. Und gegen Freiburg musst du punkten. Eigentlich im besten Fall gewinnen, auch wenn Freiburg, ja, oben an den internationalen Plätzen anklopft. Fakt ist, wir haben 28 Punkte und 8 Spiele noch offen. Wenn du aus jedem Spiel einen Punkt holst, hast du 36 Punkte, sollte in der Regel reichen. Okay, es gab eine Saison, da hat es, glaube ich, 40 Punkte nicht gereicht oder 40 Punkte gerade so. Dann sagt dir immer 40 Punkte glatt. Am besten holst du auch die Punkte gegen direkte Konkurrenten. Sprich, gegen Bremen definitiv, ob es ein Sieg ist oder unentschieden, ist egal. Hauptsache da punkten. Und dann sollte es möglich sein, im Schnitt ein Punkt. Vielleicht gewinnst du auch gegen Bremen, am letzten Spieltag gegen Baderborn und noch gegen ein. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber ich habe keine Lust auf ein Herzschlagfinale am 34. Spieltag, bin ich ganz ehrlich. Unser Glück ist einfach aktuell, dass wir die klar bessere Tordifferenz haben. Und vielleicht rettet uns sogar diese dann am Ende den Arsch. Wir wissen, wie oft die Tordifferenz auch entscheidend war über Abstieg oder Nichtabstieg. Oder gerade so international spielen und nicht international spielen. Da ist einiges möglich und dementsprechend dürfen wir uns auf jeden Fall die Tordifferenz nicht versauen. Also nicht mehr uns abschießen lassen. Weil das wäre richtig bitter. In München ist es ja zum Glück nicht passiert. Okay, drei Tore, das ist in Ordnung gewesen, sage ich jetzt mal. Es hätte schlimmer kommen können wie 5-0, 6-0. Und dann bist du auf einmal mit der Tordifferenz am Arsch. Und Freiburg ist im Moment schwer einzuschätzen. Das ist so eine Wundertüte. Die spielen ein gutes Spiel in Dortmund. Aber verlieren dann zu Hause gegen Paderborn oder so. Also die sind wirklich eine Wundertüte und dementsprechend schwer einzuschätzen. Aber Fakt ist, wir haben es alles noch in der eigenen Hand. Und sollten Freiburg richtig morgen zeigen, was wir im Waldstadion eigentlich können. Auch ohne Fans, wohlbemerkt. Und ich glaube auch an den Klassenerhalt. Klar. Und dann zur neuen Saison müssen wir angreifen. Hoffen, dass wir vielleicht auch hier und dort mit Transfers Glück haben. Aber Fakt ist, man muss die Situation ernst nehmen. Weil sie ist ernster, als man wirklich denkt. Und das seid ihr gefragt. Haut immer in die Kommentare. Wie weit rutscht ihr einfach nach unten? Ich meine, sie ist ja schon weit unten. Aber schafft ihr die Klasse oder nicht? Und wer steigt eurer Meinung nach ab? Ich sage Arrivederci. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Und auf jetzt. By the way, beim Schneiden, heute vor 17 Jahren, das legendäre 6 zu 3 gegen Gräutlingen, wo wir in der Nachspielzeit den Aufstieg perfekt gemacht haben. Jeder Eintracht-Fan kennt es. Und ich war zum Glück einer der Glücklichen, die das sogar live im Stadion wieder erleben durften. Wo habt ihr es gesehen? Haut es in die Kommentare.